Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pigment. Wir sind gerade dabei, süße kleine Pigment auszuzupfen. Wir haben endlich dieses komische Spinnepiegel gefasst und leben noch. So. Dann nehme ich einmal in der Mitte mit. So. Da kommen jetzt noch vereinzelt welche an. Und jetzt versuchen wir mit denen hier ein paar neue zu farmen, weil... Ja, uns sind ein paar Pigment gestorben. Also, gerade bei den Gegnern und davor lasst das. Machst einfach nur eine zukünftige Blume kaputt. Okay, da unten kommen die hoch. Das ist in Ordnung. So. Dann, da sind noch zwei Blumen. Okay, ja. Ihr habt die. Passt. So. Wo haben wir denn noch überall was? Ah ja, ich sollte das nicht machen. Das brauch ich nicht. So. Noch irgendwo. Nee, eigentlich sonst sehe ich jetzt keine mehr. Natürlich können wir irgendwelche Gegner killen, aber das wäre sehr verantwortungslos, wenn die einfach dadurch noch mehr sterben würden. Yay, wir haben jetzt so ein fliegendes Ding daneben. Wächter-Satellit. Er hat mich schon sehr oft vor Weltraum-Piraten gewarnt. Ich habe 19 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 10 Teile finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Ja. Die letzten, ne, liegen alle auf diesen Arschloss-Planeten, wo ich jetzt schon Panik vorhabe. Wenn wir da vorhin schon mal waren, und das sind, ja, wir sind froh, dass es kein Massensterben ist. Doch, es gab ein Massensterben, aber das haben wir halt rückgängig gemacht. So. Ich glaube, das ist die falsche Planeten, um hier Gelbe zu zusten. Weil entweder züchtet das Vieh halt rote, weil die halt feuerresistenz, oder wird züchtet das blaue, weil die halt ins Wasser gehen können. Aber ich bin ja die frische Wasser. So, dann nehme ich da noch ein gelben. Dann schaue ich einfach, dass man blaue mitnimmt. Ja, das sollte reichen. Perfekt. Unten brennt irgendwas, das ist immer nicht so schön. So. Oh, da unten ist ein Frosch. Das Teil können wir mal killen. Hey, cool, ich hab's getroffen. Kann auch gleich jemand mitnehmen. Und da liegt, glaube ich, auch noch was von dem Teil, was wir gekillt haben. Perfekt. Ähm. Haben wir noch irgendwas, was wir unbedingt mitnehmen sollten? Bei uns ist, glaube ich, noch eine Blume. So eine einzelne, die können wir natürlich noch mitnehmen. Ansonsten. Können wir höchstens schon, ob die oberen inzwischen geblüht sind. Oh, wie sie eins in die Stängel rausreißen. Wollen wir wirklich was finden. So, ja, dann füllt euch schnell den Fall. So. Na, komm mit. Sind sie halt immer so kurz unzurechnungsfähig, wenn die die Honig geschimpft haben. So. Hä, ich war wirklich gerade kurz offline. Bei meinem Lifetimer ist gerade bei 10 Minuten erst. Und der war ja vorher schon bei 2 Stunden. Komisch, ja. Wird das Internet kurz weg gewesen sein? Gehe ich mal davon aus. So, da hat er ich auch noch. Mach kaputt, was ich kaputt mache. Alles darf mitgenommen werden. So. Okay. Ja. Bringt euch das, was ihr die Steine zerkloppt. Hier nicht, oder? Da hat er auch einen Honig, hat er gefunden. Der Wille darf sich natürlich immer vollständiger füllen. Aber ich glaube, mehr als eine Blume kann man gar nicht haben, deswegen... Ich glaube, der eine davon will halt einfach nichts davon haben. Aber die alle, wo wir jetzt da drin haben, die können wir jetzt halt alle mal ganz kurz auszupfen und dann... ...beschlürfen lassen. Und ich denke, dann können wir sie zurückgeben und zum nächsten Planeten, obwohl ich fast den nächsten Planeten lieber im nächsten Stream machen will. Und dass wir einfach nochmal einen Pigment-Stream machen. Weil ich Kopfschmerzen habe. So, jetzt sauft euch da mal voll. Hallo. Ich will halt nicht, dass ihr runterfallt, okay? Meine kleine süße Pigment-Ami. Okay, jetzt sind schon welche runtergefallen. Dann gehen wir da schon mal wieder hoch. Oh, da sind sogar noch Dinge, die ihr bis sehen könnt. Taktzweck. Oh nee, habt ihr jetzt eine neue Honigquelle aufgetan? Nein! Ja, sauft euch da voll. So, kommt mit. Nein, ihr macht da nicht weiter. Habt ihr wieder ein neues Ding gefunden. Ihr Idioten. Und hier unten muss ich halt auch mitnehmen. Komm mal hoch. Ich muss jetzt ernsthaft zweimal gehen, nur weil die sonst wieder runterfallen. Und die, wo ich dann rette. Gut. Dann zupfe ich die noch schnell aus. Ich dachte nie, dass wir diese Spinnenteil irgendwann mal besiegen und dann auch noch so gut eigentlich. Also wir hatten wenig Verluste, würde ich einfach mal behaupten. Wo stehen jetzt die anderen Büdel? Da unten. Einer fehlt noch. Wo ist denn der abgeblieben? Oh nee. Schon in der Brungras am Kunden. Anders kann ich mir das nicht erklären. Nee, da hoppelt er. Okay. Okay, komisch. Der wollte allein in seine Zwiebel zurück. Sehr interessant. Gut, dann würde ich mal sagen, dann haben wir das Zentrum des Waldes auch erfolgreich abgeschlossen, würde ich fast sagen. Das sind alle in der Zwiebel. Und dann kann ich einfach mal sagen, zum Sonnenuntergang, weil wir alles gefunden haben. Und wir heben ab, ohne dass einer zurückbleibt. Kommt auch selten vor. Oh, meine riesengroße Rakete, die langsam wieder nach was aussieht und nicht nur aussieht wie so eine Schrotzansammlung. Sogar mit dem Wächter-Dings daneben. Oh, der scheiß Frosch nicht. Okay. 15 Tage seit Aufprall. Während ich die Pigmen beobachtete, wie sie gegen andere Kreaturen dieser Welt kämpfen, wundere ich mich, wieso sie mich nie attackieren. Ob sie in mir eine Art Vaterfigur sehen. Ein seltsamer, beunruhender Gedanke. Okay. Heute haben wir nur 37 verloren. Das ist, denke ich, okay. Ähm. Gut. Ja, speichern. Und dann müssen wir als nächstes in diesen... niedlichen... Also hier haben wir jetzt schon mal alles voll. Das war ja cool zu machen. Das war ja auch einigermaßen okay. Bis auf diese komischen Pigdinger. Das war kacke. Jetzt kommt das, was wahrscheinlich die Oberkacke ist. Wie viele Sterne sind das? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dann habe ich... Okay, ja, dann habe ich 29 Teile. Und dann wird es wahrscheinlich da hinten diesen See noch irgendwo so ein Teil geben, was ich mir dann holen muss. Was für eine Scheiße. Wenn dann schon diesen Fliegteilsee. Ja, das wird kompliziert. Dann habe ich so das Gefühl. Neun Teile gibt es da zu erforschen. Und ich würde einfach mal seine Seen wetten das nächste Mal. Wenn es weitergeht. Bye, Pigmen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.